Ein herzliches Willkommen zum Bahnverkehr in Dresden an der Freiberger Straße. Ich wünsche euch mit diesem Video eine gute Unterhaltung. Wenn es Fragen gibt, schreibt sie doch in die Kommentare, ich würde mich freuen. Wenn unterwegs etwas rast, dann sollte es nicht ihr Puls sein. Schnell von City zu City. Mit unseren vielen Sprinter und Direktverbindungen. Diese Zeit gehört dir. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 und Direktverbindungen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020